Ihr habt mich gefragt, ob ich jetzt ins Fitnessstudio gehe, weil ich meinen Körper nicht mehr mag. Viele Leute denken, dass man nur ins Fitnessstudio geht, um den perfekten Körper zu bekommen. Aber Leute, das stimmt in den meisten Fällen wirklich gar nicht. Ich gehe ins Fitnessstudio nicht, um abzunehmen oder um irgendeinen Traumkörper zu erreichen. Ich liebe es, einfach Kraftsport zu machen. Denn durch den Kraftsport bekomme ich immer so ein schönes Körpergefühl. Und außerdem ist es mir super wichtig, dass mein Körper gesünder wird. Ich war die letzte Zeit so viel krank. Und viel Sport ist natürlich super für die Gesundheit. Und Fitness hat nichts damit zu tun, ob man seinen Körper akzeptiert oder nicht. Wenn ihr noch mehr von meiner Fitnessroutine sehen wollt, dann schaut jetzt meine Story an.